Wann sollte man eigentlich mit der Planung seiner Hochzeit beginnen? Das werde sehr oft gefragt. Ja, die Antwort ist natürlich einmal so früh wie möglich, aber grundsätzlich kann man natürlich auch einige Monate vor der geplanten Hochzeit auch mit der Organisation und Planung beginnen. Wenn man aber bedenkt, es werden so pro Jahr etwa 45.000 Hochzeiten in ganz Österreich ausgetragen, übers Jahr gerechnet von April bis Oktober, wo meistens die Hochzeiten stattfinden, sind natürlich nur so etwa 30 Wochenenden mit Freitagen und Samstagen. Jetzt kann man sich natürlich ausrechnen, die Hochzeitsdienstleister sind natürlich auch nur begrenzt an diesen 30 Wochenenden verfügbar. Besonders Locations oder Dienstleister wie Fotografen oder DJs sind meist schon sehr, sehr lange ausgebucht oder im Voraus gebucht. Also bitte unbedingt rechtzeitig buchen, damit sie nicht eine Location oder ein Dienstleister zweiter oder dritter Wahl bekommt.